Hallo und herzlich willkommen zurück. Das ist neu, oder? Nee, doch nicht. Das ist nicht neu. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade bei Journey to the Savage Planet. Reparierte Teleporter. Wir haben noch ein paar Bereiche hier. Krass, dass wir hier immer noch einen haben, den wir nicht entdeckt haben. Hier haben wir alle. Und ja, dann haben wir hier. Wir müssen zum Turm. Also wir sind beim Turm, aber wir müssen noch irgendwie in den Turm rein. Frage, wo sind wir? Es gibt hier keine Karte. Wir sind hier? Oh, okay. Hier wollte ich nicht hin, oder? Nee. Kann ich eins weiter vor? Das hier der Richtige? Ich glaube, das hier ist der Richtige. Nope. Ist er auch nicht. Dann aber hier Rätsel auf der Turm. Ja, das sieht doch besser aus. So, ich möchte gern hier lang. F. F. Und Ali, hopp. Oh. Und wo muss ich hin? Da, irgendwo hin. Kann einfach hier. Dann schneller sein. Dann gehen wir da doch mal hin. Das ist ja einfach nur, genau, springen. Ali, hopp. Ali, hopp. Und hopp. Nee, Moment. Da will ich nicht hin. Da will ich hin. Den Fehler habe ich letztes Mal schon gemacht. So. Hello. Hello, hello. Moment, sind wir nicht hier beim... Nee, das ist der Turm. Und die anderen beiden Kristalle sind das, was uns fehlt. Gehen wir mal hier rein. Ja. So geht's wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nee. Ich habe jetzt gemacht. Alt R. Hm. Brauche ich dafür? Äh, Moment. I? Nee, J? Da. Ich hätte gerne Stampfbooster. Da. Er konnte den Turm. Willst folgen. Upgrades um fortzufahren. Schockfruchtstabilisator. Und Stampfbooster. Alles klar. Belohnung. Hier, das müssen wir machen. Dann gehen wir da mal hin. Lesen, lesen, bildet, habe ich gehört. Ich habe gehört, lesen, bildet. Und manchmal kann man mit lesen sogar sich helfen mit Problemen, die man hat. Ähm. Wo ist denn jeder Ausgang? Oder hier? Ja. Allihop. 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 Jesus. Hier rum. Und einmal hier rum. Und dann bin ich wieder richtig. Guck mal, was da oben hängt. Äh, nee, das ist eine Hengfrucht. Naja, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Niau. Niau. So. Delizium, okay. Jetzt nicht so das Wahre. Dann einmal hoch. Zack. Und allihop. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Muss ich hin? Hier, da hin. Da hinten hin. Suche und extrahiere die erforderliche Probe. Du lass mich in Ruhe. Keiner mag dich. Muss hier hoch. Keiner mag euch. Nächste Dach. Oh, ey. Assi. Von dem Zeug sammeln ist kein Fehler. Na, das Geheimnis. Ja, ist mir egal. Ich will da hin. Wahlweise auch damit. Ich noch was? Bomben, Pest, Lebenprobe. Seifsamen. Nehmen wir noch was mit? Nehmen wir mal ein, zwei, lehop. Zack. Und zack. Kenn ich schon. Vorsichtig. Hm, was muss ich hier noch machen? So. Schieß ich dann noch hoch, bestimmt. Hol ich mir den mal? Oder ist das Bindegalle? Das Bindegalle, ne? Theoretisch müsste ich hinkommen. Ja, ich komme hierhin. Scheiße, ich brauche noch einen. Ja, ich brauche noch einen. Fuck. Autsch. Okay. Pestpumpen hier. Ganz viel Scheiß hier. Vielleicht noch irgendwo ein paar greifsamen. Unten war sonst... Nope, hier ist nichts mehr. Da ist ein Dreck. Und nun? Ah doch, da oben. Runtergefallen? Ja. Schön her. So. Und sollte das eigentlich funktionieren? Dahin. Dahin. So. 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 Da oben hin. So. Wenn ich das nicht hinkriegen würde, Mann. Komm ich mit? Sonst noch was? Muss ich noch weiter? Muss noch weiter, ne? Ja, ich glaube, ich muss da hin. Dann lass mich mal werfen. Eins. Drei. Schau ich es da hin? Drei. Einen habe ich noch. Fuck you. So, dann einmal hier eine neue, bitte. So. Was ist das eigentlich für Bubbles? Scheint egal. Ah, lehopp. Ah, lehopp. Okay, das interessiert nicht. Schön. Fucking hell. Okay, ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Okay. Okay. Und zieht mir Energie. Ah. Ist jetzt ein bisschen doof, aber ich kann... Nein. Will doch keiner. Das hier. So. Dann hier hin. So. Obendrauf fühle ich mich schon mal ganz gut. Weiß nur nicht, wo ich hin muss. Der hoch. Mit ihm hier. Ja. Cool. Und jetzt noch... Fuck, ich bin tot. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. So. Hello, Bitches. Was ich jetzt gerne nehmen würde, wären Heilpflanzen. Ich nehme auch sehr gerne hier einen Teleporter. Dankeschön. So, wo muss ich hin? Und da weiter hoch. Ok, ok. Bin dabei. So. Haben. Da lang. Da lang. Verdammt. Alle hopp. Alle hopp. Tot. Ich konnte aber nicht geradeaus, oder? Darf ich bitte wieder raus? Dankeschön. So. Again. Die Säulen von... X-Xora. Ja, rote deine Beute. Meine Beute da? Hä? Was ist denn bitte meine Beute? Das ist ja bitte mein Beute-Dings. Da unten? Why? Da unten ist der. Aber warum? Was ist das für ein Bullshit? Ist mir egal, in welche Richtung. Danke. Ich hätte wieder hochgemusst, ne? Wo bin ich? Ja, ich habe ja keinen. Da hoch. 50 Meter. Doch, hier. Bin richtig. Zweiter hoch, aber ich bin potenziell richtig. Darf ich eigentlich jetzt welche davon haben? Ja. Inventar voll. Alle hopps. Unten ist auch ganz viel Gedöns. Icha. Äh, wo muss ich hin? Da. Nein. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Weiter. Alle hopp. Und hopp. Lang. Weiter drüber. Davon genug? Nee, habe ich nicht. Gut. Alle hopp. Alle hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So. Darüber. Das wird unschön. Und... Doch, es geht da lang. Oh. Nice. Da ist noch ein Teleporter irgendwo da. Alles chillt. Nee, da ist noch eine Fauna. Was ist das? Wutherwood. Ausgedruckter Baum ist tot. Hier wäre auch Heilung gewesen. Ja, ist so schön. Nachher ist man immer schlauer. Knacken im Podest. Okay. Noch eine Legierung. Wo sind meine Feinde? Immer noch dieselben? Ja. Noch eine. Easy. Gab mir auch ein bisschen hier von dem Aluminium. Sehr schön. Legierung. Nehme ich auch mit. Dann weiter darüber. Ja. Haben wir hier? Ach, Schmapsvögel, ne? Wollen wir das besser töten? Man weiß ja nie. Okay. Kommen wir nicht zufällig einfach rein? Nein. Warum nicht? Macht er mir das? Gern. Schocken vor uns von diesem Urland. Ist doch nur eine Probe. Hm. Hm. Okay. Easy. Wollen ja nix. Oh. Sag dich und traf nicht. Schocken vor uns von diesem Urland. Schock ich die halt. Jetzt. War jetzt auch nicht so spannend. Oh. Ich bin fast tot. Schon wieder. mehr davon essen vielleicht? Ja. Dann gibt noch mal so eine Schockfrucht. noch ein paar nehmen, danke. Danke. Noch ein paar für, keine Ahnung, die da. Ne, da. Und kommt noch irgendwo nähere? Nö. Auch du. Wie lange muss ich das jetzt machen? Weißt du, das Spiel auch noch nicht, ne? Nehmen wir mal hier noch ein bisschen Essen. Ich kann noch nicht mal Agro auf mich, das heißt, ich kann einfach von der Seite dran ballern. Okay, es baut sich langsam ab. Gehen wir einfach weiter. Was ist das? Okay, so rum ist es nicht gut. Nein. Oh, das geht auch. Darf ich wieder gelernt sein? Ja, klappt wieder super. Ich bräuchte mal ein paar Schockfrüchte. Ich bräuchte noch ein paar Schockfrüchte. Noch ein paar. Und noch ein paar. Da hinten kommen ein bisschen zu nah. Bitteschön. 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 Haben wir es gleich? Haben wir es jetzt schon? Ne, wir haben es noch nicht. Dann weiter. Jetzt haben wir es. Ah. Jesus. Dann nimm mal mit. Einmal rein damit und weg damit. Danke sehr. Nehm ich mit. Jetzt in den Dings rein. Können wir das schon mal bauen? Den Schockfruchtstabilisator? Das hier? Dankeschön. Nehm ich mit. So, einmal nach Hause. Find's ein bisschen doof, dass man gezwungen wird dazu. Aber gut. Ja, möchte ich. Ja? Den Schockfruchtstabilisator. Danke sehr. Ja. Gut. Nice. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns... Das ist gar nicht nervig oder so, dass es immer wieder angeht. Ähm. In der nächsten Folge werden wir uns dann daran setzen, noch den Booster, den Stampfbooster zu bekommen, dass wir dann da weitermachen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.